Unser Vater hat eine Lade gegründet. Er hat er erst geschaffen im Lade für die Zirrata und dann für die Front Collar. Und dann hat er Stanley Hovey in der Bäckerei geholt und dann hat er gesagt, Sonny, dass du gerne eine Lade geholt mit dem Bäckerei und wir können zusammenkommen und ein Lade geholt mit dem Bäckerei und ein Lade. Ja, hat er Sonny gesagt, ich habe ihn kein Geld, aber ich kann es schaffen. Und dann haben sie zusammen gesehen, eben elf Jahre und dann ist zu viel Arbeit für zwei Dinge. Und dann haben sie gesagt, der Hovey nimmt der Bäckerei und Sonny, der Lade. Und sie sind immer fremd gewesen, bis sie schrauben sind.